Herzlich willkommen beim Fichtelcamp 2021. Es freut mich sehr, dass ich heute die Brauerei Gebrüder Meisel und auch die dahinterliegenden Ideen euch präsentieren und vorstellen darf. Ich persönlich darf jetzt in vierter Generation die Brauerei Meisel leiten und es war schon immer so, dass jede Generation ihre eigenen Ideen mit eingebracht hat und das Unternehmen damit weiterentwickelt hat. Begonnen hat es mit der mutigen Idee, anstatt nur Bäckerei zu sein, die nebenbei Bier braut, auch wirklich zu sagen, wir brauen jetzt nur noch Bier und bauen hier in den Räumlichkeiten von 1887 eine eigenständige Brauerei. Es ging dann weiter über meinen Großvater, der das Ganze in eine Exportbierbrauerei und zwar in Richtung Neudrossenfeld dann ausgebaut hat und mein Vater und mein Onkel, die aus der Exportbierbrauerei dann die bekannte Weißbierbrauerei gemacht haben. In der heutigen Zeit ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger. Es gibt fast kein schlechtes Bier. Es gibt in Franken eine wahnsinnige Brauereidichte, die größte Brauereidichte der Welt. Nur gutes Bier zu brauen reicht heute nicht aus. Nur transportfähig zu sein reicht auch nicht aus, sondern das Ganze muss auch optisch passen. Das heißt, die Idee, die ich mit ins Unternehmen gebracht habe, heißt, dass wir zwar gutes Bier auf der einen Seite brauchen, aber das Bier muss dann auch richtig angezogen sein, muss zeitgemäß angezogen sein. Und wir hatten das Riesenglück zusammen mit meinem Concern damals, dass wir dieses alte Gebäude von 1887 hatten, dass wir es umbauen konnten, wie wir es wollten, den Industrial-Style stehen lassen konnten und dort was schaffen konnten, was wirklich perfekt zum Bier, zum Bier trinken, zum Bier verkosten passt, was uns aber auch in die moderne Zeit bringt. Aber nur alt bringt dann eben auch nichts. Jetzt braucht man wieder neue Sachen. Und hier kommt dann die Streetart-Kunst mit rein, die ich Gott sei Dank über unseren Gastronomen und über meinen guten Freund Thomas Wenck kennengelernt habe. Diese Streetart-Kunst hat dieses Objekt noch mal wahnsinnig verändert. Was am Anfang schon so, dass ich gesagt habe, boah, es gefällt mir so gut hier drin, als die Bilder plötzlich gehangen waren, war es noch mal ein Stück anders. Und dann kam noch die Kalligrafie dazu von Andrea Wunderlich. Perfekt inszeniert, schöne Sätze, wir haben immer wieder gesprochen, was könnten wir schreiben. Und so kommt man heute rein in unsere Seele, in unser Herz, sieht 24, 25 Bierhähne, kann sich da erst mal inspirieren, schaut sich dann um, sieht eine echte, wahre Geschichte des Unternehmens und dann aber auch noch die Modernität, der Streetart, der Kalligrafie, was wir hier haben. Und das animiert, glaube ich, dass wir unsere Marken hier richtig schön zeigen können. Mit Meisel & Friends haben wir den nächsten Schritt gemacht in der Evolution der Biergeschichte im Unternehmen. Meine Mutter ist Amerikanerin, mein Vater absoluter Cowboy-Fan. Ich habe in den USA studieren dürfen und damals die Craft Beer-Welle, die erste, mitbekommen. Das war nicht besonders lecker. Aber die zweite Welle, da haben die wirklich sehr, sehr viele gute Sachen gemacht und das hat auch mich inspiriert, dieses Thema mit nach Deutschland zu bringen. Mit Meisel & Friends hatten wir wieder eine Geschichte, die absolut auf die ersten Jahre zurückging. Jeder Meisel oder jede Meisel-Generation hat einen Braumeister mit ins Unternehmen gebracht. Und so hatte er immer einen Freund an der Seite, um Dinge neu zu machen und voranzubringen. Und diese Geschichte haben wir uns dann genommen und haben gesagt, Mensch, das ist ja bei uns auch wirklich so, wir suchen uns immer Freunde für unsere Biere und versuchen spannende neue Biere mit einer neuen Geschichte zu erzählen. Und so begann es dann mit unseren 0,75 Liter Flaschen Meisel & Friends, mit Marks Chocolate Bock, Stefans Indian Ale, Stefan zum Beispiel Joggingpartner, Kumpel von mir, aber eben auch Weinsommelier, um die Weinsache rüberzubringen. Und dann noch Jeffs Bavarian Ale. Ja, da war ich jetzt mal mein eigener Freund, musste ich auch mal mit reinbringen. Und das Ganze hat uns dann aber animiert, auch noch weiter zu gehen und weitere Freunde dazu zu nehmen. Und dadurch das Thema Street Art bei uns im Liebesbier ja schon so gespielt wird, war es sehr naheliegend zu sagen, wir machen auch mal Limited Editions mit dem Thema Street Art. Das Erste war unser jetziger Freund Widam, der draußen im Treppenhaus mal das Thema Bier für sich inspiriert hat. Dabei rausgekommen ist der Hopfenreiter. Und der Name ist dann so entstanden, dass jemand im Treppenhaus stand und gesagt hat, da ist doch der Hopfenreiter. Und es schaut wirklich so aus, als wenn ein Reiter durch die Fasstauben sozusagen in den Wind reitet. Und aus dem haben wir dann unseren ersten Freundschaftssud gemacht, wo fünf Brauereien Malz und Hopfen liefern und wir gemeinsam einen Sud machen, was jetzt jährlich neu aufgelegt wird. Danach kamen dann wirklich unsere Art-Bier-Editions, dass wir über diese Street Art Connection dann drei weitere Künstler, jetzt neueste mit Hera, bekommen haben. Jedes Mal bekommen die eine Leinwand als Etikett, dürfen dort ihr Bild malen und wir kreieren in Absprache mit ihnen ein Bier dazu. Genau das, was ich glaube, was heute interessant ist, eine ehrliche Geschichte, was ganz Besonderes, was auf dem Etikett ist und dann aber auch in der Flasche nicht irgendwas Banales oder halt einfach nur ein Bier, sondern schon was, was auch ein bisschen polarisiert. Wie Street Art eben auch beide Seiten, das Bier mal spannend, die Street Art spannend, das sind die Themen. Und das Ganze haben wir dann auch weitergeführt noch in unsere Barrel Edition, in die großen Flaschen. Da haben wir dann Andrea wieder gebraucht, um die Kalligrafie schön aufs Etikett zu bringen, um dieses Schwere, was auch das Bier ausmacht, dann weiterzubringen. Denn dort sind natürlich Malznoten, Pflaumennoten, Sherrynoten, Whiskynoten vertreten. Da wird das Bier zu einem kompletten Genuss wie beim Wein. Und ja, jetzt komme ich zurück, was ich am Anfang gesagt habe. Bier muss nicht nur gut schmecken, sondern es muss eben auch optisch richtig gut aussehen. Und da können wir uns nur bedanken, bei unseren Künstlern, bei unseren Freunden und natürlich auch bei Andrea. Wie kommen wir eigentlich zur Street Art? Naja gut, es hat damit zu tun, dass das die Art Kunst ist, die mir auch gefällt. Das ist schon mal das eine. Zum anderen wollten wir natürlich, dass es auch für jedermann begreiflich und auch erkennbar ist. Für mich ist Street Art Handwerk. Da sind wirklich Künstler draußen unterwegs, die einfach mal was hinspringen, die Ideen haben. Genauso sehen wir es beim Bier auch. Wir entwickeln das handwerklich. Wir haben hier im Liebesbier unsere Maisel & Friends Brauwerkstatt, sodass wir in kleinen Suden immer wieder experimentieren können und hier im Liebesbier testen können, schmeckt es den Leuten, schmeckt es ihnen nicht. Bei der Kunst ist es genau das Gleiche. Wir können die wirklich zeigen und zeigen, wir lieben Handwerk. Weiter sind wir gegangen mit dem Thema Kaffeerösterei, das auch auf unserem Grundstück vorhanden ist, nämlich Crazy Sheep Coffee. Auch hier haben wir wieder einen Künstler genommen, der für die Marken und für den Markendesign steht, weil wir einfach glauben, dass es deutlich glaubhafter ist, wenn wirklich eine Story dahinter steht, wenn man das Visuelle auch sieht. Und da uns das Thema dann so begeistert hat und wir merken, dass Leute auch zu uns kommen wollen, bei uns tagen wollen, Seminare machen wollen, war klar, dass wir das Thema Hotel auch noch ein bisschen nach vorne bringen wollen. Ja, und was liegt da noch näher, als auch da das Thema Street Art zu spielen? Und jetzt sind wir mit dem verrückten Idee gestartet, wirklich jedes Zimmer mit einem eigenen Künstler auszustatten. Ein Künstler bekommt sozusagen das Zimmer als Leinwand und kann sich dort verwirklichen, auf der Wand oder auf gewissen Brettern und so weiter, die wir zur Verfügung stellen. Wir werden gewisse Skulpturen im Außenbereich haben und es werden viele internationale Künstler von allen Kontingenten, wir hoffen natürlich, dass Reisen wieder möglich ist, zu uns kommen und hier im September, Oktober dann diese Gestaltungen vornehmen. Ich freue mich da wie nix drauf, weil ich genau weiß, das bringt nochmal die Seele und die Idee rein, dass die Leute sagen, wenn man hier ist, kann man Handwerk in allen Fasern spüren und das ist es, was uns antreibt und was uns weiterbringt. Gutes Bier, gutes Kaffee, gutes Essen, aber auch eine schöne Optik und schönes Ambiente, das ist wichtig. Natürlich immer mit auch netten Menschen und Kollegen, die außen rum sind. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gehört habt und ihr habt ein paar Inspirationen mitgenommen. Ich hoffe natürlich auch, dass ich euch alle irgendwann mal live hier bei uns begrüßen kann, dass ihr vorbeikommt, euch das Ganze mal anschaut und ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Fichtelcap 2021. Danke euch!